Herzlich Willkommen! Kommen Sie rein zu Donner & Roll. Mein Name ist Julian Rautenberg, ich bin Leiter Private Banking und verantwortlich für den Standort hier in München-Bogenhausen in der Isberliner Straße 98, direkt schräg gegenüber von Bogenhausen nach Hof. Die Bank ist bereits seit den 1960er Jahren hier am Standort vertreten. Wir haben im letzten Jahr, 2020, die Zeit genutzt und haben vor allem die Bereiche für Sie, unsere Kunden, neu gestaltet und renoviert. Genau das möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Mit unseren knapp 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort beraten wir unsere Kunden aus finanzplanerischer Perspektive zu den Themen Vermögensmanagement, Finanzierungen, Immobilien und alternative Investments wie zum Beispiel Private Equity. Am Ende unseres Rundgangs befinden wir uns in unserem Lieblingsraum. Unsere Gäste schätzen hier die entspannte Atmosphäre, die notwendig ist, um vertrauensvolle Gespräche zu führen. Gerne bei einer Tasse Kaffee oder je nach Tageszeit bei einem Glas Wein. Besuchen Sie uns hier in Bogenhausen, denn unsere Welt dreht sich um Sie.